So Freunde, es geht weiter. Im letzten Part sind wir mit Kalina begegnet. Und hier geht es gerade direkt weiter. Ah, der F-Junge. Er hat sie jetzt gar nicht. Er hat sie in Ordnung. Was ist mit dir, Junge? Wer bist du überhaupt? Ja, ciao. Okay, ähm... Ja... Leid traue ich aber immer noch nicht. Was ist mit Angela? Die soll sich mal ein bisschen an etwas erinnern. Wir brauchen Infos wegen dem Buch. Oh, sie ist dein Cousin! Oh, Kayne. Kayne kennt den. Kayne. Kayne. Galina. Was ist los? Nein, es ist nichts. Okay. Bist du aber noch unsicher? Unsicher? Inwiefern? Ob du die Welt neu erschaffen sollst? Okay, kein Unsinn. Natürlich bin ich sicher. Wirklich? Ich denke, du bist es nicht. Du bist unsicher, ob das, was du tust, das Richtige ist. Äh... Okay. Aber diese Galerie bin ich nicht weiter. Du bist nicht das Richtige zu tun. Sondern das, was du tust, solltest du sein. Gib dich da und nicht versichst. Dann hast du dich. Dann hast du dich. Okay, okay. Nutze diese Kraft, um deine Freunde zu wirklichen. Und deine Ambitionen wahren werden zu lassen. Die Welt zu zerstören. Ja, genau. Aber zerstöre sie nicht. Sondern erschaffe sie neu. Oh, no. Ganz einfach. So. Einfach mal neu erschaffen die Welt. Warum nicht? Wenn es geht, dann gehts das, Bitches. Na ja. Willkommen zu der Let's Play Power von John Forcerinio. Und heute, meine Damen und Herren, wir sind mit dem Mann, Gentleman Ozeru. Die Stiefel killen mich einfach immer noch. Oh, ich dachte, oh mein Gott, gibt es keine Missionen mehr? Doch, gibt es natürlich. Deswegen gehen wir mal sofort rüber zu Team Feta. Du, 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 du. Wer braucht. Eeeendlich. Never mind, I'll find. Someone like you. Angela, you're a mess. Guck mal, Dekor an. Ich guck da hinten immer noch das Ding an. So, Angela, was hast du sagen mit meiner Wife hier? Oh mein Gott, Sanji, der ist gerade unterwegs. Ich bin aber auch da. Also, ist auch... Oh nein, schon wieder, ey. Ich war gerade dabei, sie abzuchecken. Warum nerven diese Venoms und der Direktor? Verdammt, Sanji war auch nicht das. Er hat meine Chance. Warum wirst du mich da? Das hat eben abzuchecken. Aber... Was ist das, Light? Oh. Oh. Ja, das warst du. Ja, das warst du. Entschuldigung. Aber... Okay. Mach'n sie so, mach'n sie ganz Zeit. Ach'n sie... Chok'an. Mach'n sie so, mach'n sie ganz Zeit. Mach'n sie so, mach'n sie ganz Zeit. Ich habe einen Blick auf den Barschkampen. Sie sind nicht bei mir. Wir haben dich in den Barschkampen. Herr Kampfer, Sie haben einen Ort auf dem Monitern gegeben. Sie haben einen Ort mit dem Cosmic Cube gesammelt. Was ist das? Was ist das? Was macht Sanji? Kupikos. Sanji? Ja? Ich glaube, ich glaube nicht, Sanji ist mein Boy, da stimmt was nicht. Das ist eine Wahrheit. Warum? Da stimmt was nicht. Mein Boy, Sanji, mach das nicht ohne Grund. Ja, ich auch, ich bin dabei, komm, let's go. Osa, du könntest bitte mitgehen. Nee, da stimmt was nicht. Sanji macht das sicherlich nicht freiwillig. Mahaboy, Sanji ist ein Gentleman wie ich, deswegen sollten wir mal der Sache sofort auf den Grund gehen. Let's go. Ja, da stimmt was nicht. Sanji würde uns nicht verraten, wir sind alle Gentleman. Das ist ein Typ. Oh, das ist ein Typ. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei. Sanji würde uns nicht verraten, was ich verraten. Ich verstehe, ich bin dabei. Laufhin, ich habe gehört, dass Sanji würde uns nicht verraten. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Was ist das? Schöne, ich habe einen Typ. Jetzt wieder ins. Oh, du bist ein Typ. Oh, du bist so. Du bist so. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Laufhin, dass ich mich nicht verraten kann. Laufhin, das ist jetzt auch der Typ. Das ist jetzt auch der Typ. Das ist auch der Typ. Was ist das? Ja klar komm ich mit, let's go, es war ein Gentleman Homeboy, wir ziehen durch die Bars immer, was ist da los da man, natürlich kommt was willst du machen, ich kann diesem Leid nicht trauen, der ist größten wahnsinnig geworden, mit seiner Pubertätsstimme Ja, das ist gut, das ist gut Ja, könnte sein. Du hast mir gar nichts zu sagen, okay? Ich sag's anders, geh du dich jetzt erst mal drüber informieren. So läuft das Ding. Und ich halte dann Ausschau, wenn ich will. Okay. Das hat unser Ball zu sagen. Ich steh nicht so neben mir. Hey, Regina. Schere, Stein, Papier, eine weitere... Guck mal, in dieser Krise will Gon mit uns trainieren, oder was? Was macht der? Krisenzeit, der will spielen. Schere, Stein, Papier. Hallo? Ja. Bist du am trainieren, Gon? Ja, das ist stark. Ich will mich wieder am trainieren. Was? Na, stimmt. Natürlich, natürlich stehe ich dein Papier. Von Opa Gohan. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hey, vielleicht findest du deinen Weg, einen Supersame zu haben. Ja, ja, das ist wirklich abgefahren. Hey, Goku. Da, du schon mal hier bist. Wie wär's mit deinem Kampf? Na klar, jederzeit. Let's go. Oh, nee, aber ich bin auf... Ich bin bestimmt Gon. Ich komm auf Gon gar nicht klar. Wirklich gar nicht klar mit seinen... Mit seinen Abilities. Ich mein Sido von buffen ihn, glaube ich. Und dann kann er dir Gedanken machen. Das ist nicht so meins, Mates. Naja. Naja, schon, das kannst du machen. Greif ihm mit allem an, was du parat hast. Okay, Max, ich bin bereit zu verlieren. Lois. Süß. Der kleine, kleine Gon. Der kleine, kleine Gon. Der dann seinen Kraftboost bekommt. Und lange Haare kriegt wie Rapunzel. Haha. Der träumt, dass er gegen Goku gewinnt. Ja, so schnell geht's mit den Teenies. So schnell geht's mit den Kids. Und schon werden sie frech. Genau das. Ja, 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 ja. Ultraizig oder was? Ich hab auch Chunks dabei. Sehr schön. Das gefällt mir. Guck mal, ich hab den... Ich hab den gepackt. So, was ist mit dem Spiel? Was ist mit dem Spiel? Du musst ja mal drüber schauen. Ja, ja, ja. Ich hab den Kopf. Och, ich hab den Kopf. Du musst ja mal drüber schauen. Hör es, ich hab den Kopf. Ja, ich hab den Kopf. Sehr dandy. Ja, ich hab den Kopf. Ja, ich hab den Kopf. Ja, ich hab den Kopf. Jetzt Rapunzel, zack! Er hat die Haare schön, er hat die Haare schön. Krapunzel, untot. Ich kann ihn nach der Super-Attack-Gon nicht mehr nutzen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich glaube schon, ne? Krass. Dieser Gun, Alter, das geht komplett, ey. Keiner weiß. Na ja. Jetzt machen wir weiter. Puh, du bist richtig gut. Du aber auch, Coco. Du warst genauso fantastisch, wie ich dachte. Und Trunks hat nur zugeschaut. Verschiedene Welten und identische Techniken ist das eine. Aber, als anderes ist es Zeit, Personen derartig verschiedener Welten zu sehen, die sich normalerweise nie begegnen würden und sich dann auf diese Weise treffen. Bei dem aktuellen Chaos frage ich mich, wie wohl die Zukunft unserer Welt aussieht. Nein, so darf ich nicht denken. Immerhin bin ich nur hier, um eine zukünftige Tragödie abzuwenden. Let's go. Hey Trunks, komm rüber und schieß zu uns. Ey. Einfach. Der hat gerade ein richtig schön Gedicht rausgehauen. Niemand hat ihm zugehört. Einfach gesagt. Ey, komm rüber. Was los mit dir? Das ist Jump Force. Niemand hört dem anderen zu. Legit. Ich stehe auch nur immer so da. Ganz untersehen. Allein. Gerade war ich nicht mal dabei. Obwohl ich der Avatar bin. Keine Ahnung. Ne, ich meine natürlich nur Spaß. Okay. Jetzt haben wir nochmal so eine Mission, welche ich jetzt richtig gesehen habe. Ähm. Genau. Gepanzertes Spiel. Let's go. Was ist das? Bin ich drauf gespannt. Jetzt gepanzertes Spiel. Cell? Ne, Cell ist so mühselig. Der ist gar nicht bei uns, oder? Oh, Jotaro. Oh! Du hörst mich nur an einen Spieler, gegen den ich vor langer Zeit einmal gekämpft habe. Aha, verstehe. Würdest du gerne mal ein Spiel mit mir wagen? Sicher. Ich hab ja sonst nichts vor. Alter. Bro! Ah, Yu-Gi-Oh ist so geil. Atemvoll. Atem ist... So, Freunde. Weiter geht's. Die Regeln sind die gleichen wie bei einem neuen Simulationskampf. Worum geht's? Worum wetten wir? Wie wäre es mit einem heutigen Nachtisch? Und natürlich um die Ehre. Ha! Einfach schatten. Um unsere Spielehre also. Du wirst untergehen. So, jetzt die Frage, welches von beiden bin ich? Das ist jetzt die Frage. Ähm, ja, technische Probleme kommen immer vor. Passiert. Ähm, nicht so tragisch. Ich wäre gern Yu-Gi-Oh mate sein. Man kennt's. Ah, ich bin Jotaro. So. Blackmagic. 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 So. 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 Martin Bordel. Oh. Oh je. Dauerschutz, das ist lächerlich. Nimm mal diese Dauerschützer, ey. Eine Kombo, ich... Gar kein Leben wieder, es ist... Keiner weiß, vielleicht. Keiner weiß. Ey, guck mal, der Kampf hat sich mal angefangen. Das ist eine verdammte Kombo. Das sind acht Treffer, der gelandet hat, ich bin tot. Acht Treffer, ich bin tot. Nein. Ja, ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Mach das Ding auch karp! Mach das Ding auch karp. Das war's für heute. Das ist der Schauspieler! Ah, fängt das jetzt wieder an, ey? Ich glaube schon. Genau, bis. Ora, 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 ora! Nein, ja! Pui. Das war's für heute. Es ist zu geil aus. Oh mein Gott. Es ist zu geil aus, einfach. Oh mein Gott. Willkommen zu einem weiteren Verzweiflungsakt, Verzweiflungs-Ark, Arrlong, das kann es doch nicht sein, ich flehe nicht an, das kann es doch nicht sein, dass wir so viel Schaden machen, dann können wir doch nicht spielen. Gute Das ist das, was ich. Ich werde den Kopf wegwerfen. Ich werde den Kopf wegwerfen. Ich werde den Kopf wegwerfen. Das ist mein Stadion, Osiris. Los geht's, Osiris, Thandar-Horst! Das ist gesagt, war das W salir amarak. Es für etwas Parlament. Ich werde den Kopf wegwerfen. Das war's für heute. Wie hat er wieder seine Super-Tech? Woher hat er wieder seine Super-Tech? Nein! Das war das Schlimmste, das war das Schlimmste, das ich je erlebt habe, ganz ehrlich. Ich habe einfach vorgeskippt. Ich habe schon ein paar Mal das versuchen müssen hier, aber es ist lächerlich, es ist einfach lächerlich. Es ist mir total Wurst, ob mein Charakter underleveled ist. Aber von der Story an sich habe ich Jotaro kaum gespielt, der hat kein hohes Level. Es kann einfach nicht sein, dass der CPU mit einer Combo einen One-Shot hat. Komm, zieht zur Seite Freunde, gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, komm. Alles schön, gut gewesen. Jedenfalls soviel zu diesem Part, Freunde. Sehr viel Rage am Ende mit dabei, aber es ist unerträglich, ganz ehrlich. Also sowas muss echt nicht sein. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall. Nächstes Part, hoffe ich mit einem allerfrischen wieder. Ade! Outro 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 Outro